Ich muss es schon sagen, das SRF ist auch nicht mehr so das, was es gewesen ist. Irgendwie so, man wird nicht anmoderiert, das Geld reicht noch knapp für zwei Kameramänner und Publikum, das ist auch kein Thema mehr. Was ist das für ein Saftler? Für was zahle ich genau die Fernsehgebühr? Kann man das mal einer erklären? Das meine ich natürlich nicht ernst. Die habe ich sowieso nie bezahlt. Ich merke bei mir im Freundeskreis, meine Kollegen, die kommen immer zu mir mit ihrem Beziehungsstress, wenn sie Ärger haben mit ihrer Frau und sie fragen immer mehr mit der dümmsten Begründung. Sie sagen immer so, yo, Bro, ich habe gedacht, ich frage dich, weil du studierst Psychologie. Es stimmt auch, aber ich studiere nicht Psychologie für andere Leute ihre Probleme. Ich studiere Psychologie, um herauszufinden, was mit mir nicht stimmt. Und es läuft bis jetzt mässig. Durch meine eigene Recherche habe ich ADHS. Das dauert etwa zweieinhalb Jahre, bis ich durch die ganze Literatur durch bin. Ich kann mich halt nur fünf Minuten noch mal konzentrieren, ich weiss nicht wieso. Und bei meinen Kollegen, ich mache mir mittlerweile Spass daraus, ihnen irgendeinen Bullshit zu erzählen. Einfach, dass sie mir in Ruhe lassen. Ich sage Sachen wie, hast du gewusst, dass Pandas ihre Beziehungskonflikte lösen, indem sie Orgene haben? Ähm, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Vielleicht etwas von euch, oder? Wird die ganze Geschichte ein wenig auflockern. Ist natürlich gelogen. Aber einmal für einen kurzen Moment haben sie Bilder von einer Panda-Orgene im Kopf. Ihr jetzt übrigens auch und das macht mich glücklich. Das war schon witzig. So Pandas sind, keine Ahnung, Dessous und Latex-Tanktops. Es gibt sicher Tiere, die Orgene haben. Lachs zum Beispiel, die mühen ja. Da macht direkt den ganzen Schwarm, kreuz und quer. Bei denen, die haben sowieso den kaputtesten Fetisch. Die schwimmen ja Endejahr vom Meer, die Flüsse durchruf, weil die weiblichen Lachse nur bei speziellen Kieselsteinen oben am Fluss geil werden können. Kein Scheiss. Nicht erfunden. Also fragt mich nicht, wieso. Es ist nicht, dass ich irgendetwas damit mache. Es ist einfach, es geht nur, wenn es dann geheißen hat. Wenn nicht, dann nicht. So ein bisschen wie Leute, die nur zuhause schiessen können. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso weiss der Asi Bescheid über das Sexualverhalten von Lachs? Weil ich am Stück vier Dokus über Alaska geschaut habe, weil ich zu bekifft war, zum YouTube Autoplay abstellen. Vielleicht. Aber das Wirste ist, wenn sie fertig sind, sterben sie. Weil sie auf dem Weg nach oben nichts essen. Sie kommen auf dem Weg nach oben, nicht einmal auf die Idee zu sagen. Hey, du, ist doch schön. Du, könnte man doch kurz anhalten und etwas essen vielleicht. So wie ich als Kind, wenn ich mit meiner Mutter um einen McDonalds vorbeigefahren bin. Ich habe immer die gleiche Antwort bekommen. Wir haben zuhause zuhause. Und dann, was haben wir zuhause gehabt? Eine Überreife, Banane und Sanf. Danke für gar nichts, Mama. Aber bei diesen Fischen... Ich frage mich, wie kommen sie darauf? Was war der Prozess, dass sie irgendwie gefunden haben, wenn ihre lachsigen Schamhaare spriessen? Chantal! So heisst ihre Freundin. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich schauen Lachs-Eltern viele Frauen-Tausch. Egal. Chantal! Komm mal da vorne. Siehst du da? Die haben ja gar keine Hände. Die haben... Flossen. Chantal. Siehst du den Fluss dort? Du und ich. Wir schwimmen jetzt den Fluss darauf. Und wenn wir oben ankommen sind, dann gebe ich dir den Lachs dick. Sie schwimmen Fluss aufwärts. Das bedeutet, sie meinen Wasserfeld darauf kumpen. Ich habe schon viel Blödsinn gemacht in meinem Leben, zum Frauen gefallen. Aber wenn ich ein Lachs wäre, und so eine Lachs-Girl würde zu mir kommen und ihnen sagen, Hey! Ich finde dich mega toll. Aber... Komm doch mal die nächsten 16 Wasserfelder auf und dann kriegst du mich. Bitch! No! Wer bin ich? Der Michael Phelps? Weisst du was? Meine rechte Flossen und ein bisschen Spooky töten gar nicht so schlecht. Okay, jetzt würden die Ninja Warrior Lachs noch immer anders. Ja, das sind so Gedanken, wo ich immer noch Freizeit habe. Ich weiss, ich brauche Hilfe. Aber ich meine, stellt euch mal das Schmerz vor. Stellt euch mal vor. Junge Lachs schwimmt den Fluss darauf, er kumpet alle Wasserfelder auf. Er kommt beim Letzten an. Er weiss, da ist es. Dort oben liegen die besten Kieselsteine, Kerzenscheine, Champagner, Kaviar. Im Hintergrund läuft ein Nice & Slow vom Asche oder so eine Scheisse. Er holt Anlauf. Und er gumpt. Und oben steht der Grizzly Bar. Bitch slap den aus der Luft. Hört nicht! Du stirbst als Jungfrau, du Scheisslachs. Du Bums ist gar niemand, nicht so lange ich da bin. Okay, das war's von mir gewesen. Danke vielmal.